Im Daoismus und in vielen Büchern über Spiritualität ist immer wieder vom Nicht-Handeln die Rede. Was bedeutet das Nicht-Handeln? Heißt es einfach nichts tun? Und selbst wenn es so wäre, warum sollte ich dann als Daoist überhaupt noch irgendwas tun, lernen oder Erfahrungen sammeln, wenn es doch um nichts tun geht? Offensichtlich liegt hier ein Missverständnis vor. Und das will ich klären, mithilfe einer der vielleicht bekanntesten Passagen aus dem Zhuangzi über den Koch und seine Kunst. Das Zhuangzi gehört wie das Dao de Jing zu den wichtigsten und international bedeutendsten philosophischen Werken Chinas. Berühmt ist das Buch unter anderem wegen eines Textes, den einige von euch, da bin ich mir ziemlich sicher, kennen. Einst träumte Zhuangzi, ein Schmetterling zu sein, der umherflatterte, glücklich mit sich selbst, nur seinem Willen folgend. Er wusste nicht, dass er Zhuangzi war. Wie freute er sich da aufzuwachen und festzustellen, das ist Zhuangzi. Doch er wusste nicht, war er jetzt Zhuangzi, der geträumt hatte, er sei ein Schmetterling oder ein Schmetterling, der träumte, er sei Zhuangzi. Zwischen beiden muss es einen Unterschied geben. Und das ist damit gemeint, dass sich die Lebewesen wandeln. Das Zhuangzi ist nach seinem gleichnamigen Autor benannt, der im vierten Jahrhundert vor Christus lebte. Als lange nach Erscheinen des Buches der Daoismus allmählich immer mehr Anhänger hatte, bekam das Buch im Jahr 742 nach Christus auf kaiserlicher Anordnung den Titel Das wahre Buch von Nanua, übersetzt Das wahre Buch vom südlichen Blütenland bzw. Der wahre Mensch vom südlichen Blütenland. Die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte des Buches ist, wie so oft bei Jahrtausenden der alten Klassikern, einigermaßen kompliziert. Der beste erhaltene Originaltext wurde erst 1993 gefunden, und zwar in einem Grab in der Provinz Hubei. Er stammte aus der Zeit der sogenannten Streitenden Reiche und wurde auf Bambus geschrieben. In den großen wissenschaftlichen Ausgaben des Zhuangzi finden sich meist längere Erklärungen zur Überlieferung und zu verschiedenen Quellen, die als Textgrundlage dienen können. Wissen sollte man vielleicht, dass die 33 Kapitel des Buches in drei Teile eingeteilt werden, und nur der erste Teil, die sogenannten inneren Kapitel, das sind die Kapitel 1 bis 7, stammen überhaupt von Zhuangzi selbst. Die anderen, ebenfalls hochinteressante Kapitel, wenn ihr mich fragt, kommentieren diese sieben. Über das Leben von Zhuangzi selbst ist nur wenig bekannt. Eine gute Zusammenfassung befindet sich in der Übersetzung des gesamten Werkes von Viktor Kalinke, die ich für die beste im Deutschen halte. Kalinke zufolge lebte Zhuangzi im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, einer blutigen Zeit. In Chinas Geschichte Zeit der streitenden Reiche genannt, von 475 bis 221 vor unserer Zeitrechnung. Er arbeitete vermutlich einigermaßen zurückgezogen als Gärtner in einer Kleinstadt. Und man kann jetzt lange darüber debattieren, wie sehr Zhuangzi und Laozi von seiner Philosophie beeinflusst ist. Beide stehen sich inhaltlich jedenfalls sehr nahe. Für zentrale Momente der Philosophie Zhuangzi hält Kalinke folgende Einsichten. Und das ist vielleicht gut, das vorher kurz zu sortieren. Also, Einsicht 1. Jedes Lebewesen strebt danach, frei und unbekümmert zu leben. Deshalb braucht es auch Lebensumstände, die der natürlichen Bestimmung entsprechen. Alles wandelt sich unaufhörlich, geht vom Leben in den Tod sowie vom Tod ins Leben, sowie von Gedanken in Wirklichkeit und umgekehrt. Weisheit besteht in der Vorsorge und Vorschau, um die natürlichen Kräfte zu stärken und dann bei passender Gelegenheit einzusetzen. Das ist die taoistische Lehre von der sogenannten Wirksamkeit. So zu sein, wie es der Bestimmung entspricht, bedeutet, wahrhaftig zu sein und begründet zugleich die ethische Orientierung und auch Begrenzung von Herrschaft. Worum geht es nun bei dem Text vom Koch, der sich im zweiten Kapitel aus Buch 3 findet? Ich hoffe, die Erzählung schreckt nicht jetzt alle Vegetarier oder Veganer oder Veganerinnen, Vegetarierinnen ab. Seht es also als Metapher, und so ist es auch gemeint. Die Geschichte könnte genauso gut von einem Bäcker oder Gärtner handeln. Also, eines Tages schlachtet ein Koch ein Rind für einen Edelmann. Der Koch zerlegt das Rind auf bewundernswerte Weise. Sein Messer klingt dabei, als würde er eine alte Melodie spielen. Es gab kein Geräusch von sich, das nicht vollkommene Musik war, heißt es im Text. Alles passte zusammen, und der Edelmann war voller Bewunderung. Und jetzt zitiere ich die weitere Geschichte, wobei ich mich auch auf die Übersetzung des Schweizer Sinologen und Philosophen Jean-Francois Bieté stütze. Wie wunderbar, rief der Prinz aus, welch ein Geschenk. Der Koch legte sein Messer nieder und antwortete, meine Wenigkeit zieht es vor, das Dao zu nutzen, das Wirken in den Dingen, das ist mehr als nur Technik oder Geschick. Als ich meinen Beruf auszuüben begann, sah ich nichts als das ganze Rind vor mir. Drei Jahre später sah ich nur noch Teile davon. Heute treffe ich es mit dem Geist und nicht mehr mit den Augen. Wahrnehmung und Wissen setzen aus, der Geist aber schreitet weiter voran. Entlang der natürlichen Maserung folgten sie dem Spalten und den Rissen. Ich folge den großen Öffnungen, halte mich an das, was im Tier selbst ursprünglich schon da ist. Sehnen und Äderchen, wo das Fleisch fest angewachsen ist, halten mich nicht auf, schon gar nicht die großen Knochen. Ein guter Koch wechselt jedes Jahr das Messer, denn er schneidet. Der gewöhnliche Koch wechselt jeden Monat das Messer, denn er hackt. Nun, mein Messer hält schon 19 Jahre und das Messerschneide ist wie frisch geschliffen. Jedes Gelenk hat einen Zwischenraum und die Schneide meines Messers ist dünn genug, um in ihn einzudringen. Da ist wirklich mehr Platz als genug, damit die Schneide umher spazieren kann. Jedes Mal, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sehe, dass es schwierig wird, bin ich vorsichtig, schaue, wo ich ansetze und führe mein Werk ganz langsam fort. Ich bewege das Messer nur ganz wenig, zack, schon ist das Fleisch geschnitten. Das Messer in der Hand stehe ich da, betrachte mein Werk von allen vier Seiten, bin vollkommen zufrieden und stolz darauf, was ich geschafft habe, reinige das Messer und packe es weg. Darauf sagte der Edelmann, ausgezeichnet, ich habe des Kochs Worte gehört und erfahren, wie man fürs Leben sorgt. So war die Geschichte. Mich erinnert die Geschichte immer wieder an das, was einige der Aikido-Trainer erzählen, die selbst mit Meistern vor allen Dingen dann in Japan trainiert haben, etwa mit Nobuyuki Watanabe, Achter Dan, also ganz weit oben in der Hierarchie der Aikido-Sportler. Ihr findet eine Reihe von beeindruckenden Videos dazu im Netz, wie das aussieht, wie das funktioniert. Diese Videos zeigen, worin die Meisterschaft im Aikido eigentlich besteht. Sich scheinbar so gut wie überhaupt nicht zu bewegen, dem anderen immer einen Schritt voraus zu sein. Und all das geschieht mit größter Leichtigkeit, so als sei es vollkommen einfach und der Gegner wird überwunden. Worum es geht, ist Körper und Geist so lange zu trainieren, bis man statt zu kontrollieren aus langer Übung heraus spontan handeln kann. Die sonst noch durch das Bewusstsein koordinierten einzelnen Schritte weichen dann zunehmend einem fließenden Handeln, das in den taoistischen Texten das ungeteilte Wirken in den Dingen genannt wird. Es stellt dann so eine Art Übergang in eine höhere Form der Aktivität dar. Menschen schätzen, heißt es im Kapitel 25 des Zhuangzi, was ihr Bewusstsein kennt. Aber sie wissen nicht, was es heißt, etwas zu kennen, gestützt auf das, was das Bewusstsein nicht kennt. In gewisser Weise ist es genau das, was eine Künstlerin oder ein Musiker macht, nachdem er oder sie das Instrument wirklich beherrscht. Jeder von uns kennt solche Zustände des Fließens, des Flows. Etwas Ähnliches passiert, wenn wir die Sprache zum Beispiel gewissermaßen ungehemmt und spontan, wenn wir uns unterhalten, benutzen. Wir denken da nicht im Einzelnen weiter über jedes einzelne Wort nach. Die Sprache fließt. Im Zhuangzi heißt es, gut zu schwimmen bedeutet, das Wasser zu vergessen. Und der gute Schwimmer kann es vergessen, weil er es kennt. Im Unterschied zum Wissen in den Wissenschaften ist Vergessen hier also ein Zeichen von Meisterschaft. Und dieses Vergessen, das mit Meisterschaft und Kunstfertigkeit zu tun hat, markiert dann den Übergang in eine andere Form der Aktivität. Ihr gelingt es mit dem Bild vom Koch, selbst noch in feinste Zwischenräume des Lebens vorzustoßen. Und genau das ist die Dimension der Erfahrung, um die es im Zhuangzi geht. Den Weg, das Wirken in den Dingen genau zu kennen, sodass unsere Aktivität dann auch zur vollen Entfaltung kommen kann. Bewusstsein, Aktivität des Körpers, die Wahrnehmung der Realität und die Realität selbst, also zum Beispiel wie die Knochen liegen, wie die Sehnen liegen, all das kommt in einer solchen Aktivität zusammen. Und das trifft sich mit einer anderen Überlegung des Taoismus. Wird man nach dem Weg befragt, heißt es, so kennt man ihn nicht. Er ist schwer, in genaue Anweisungen und Regeln zu stecken, denn in gewisser Weise scheint es, als sei das, was man tut, irgendwie ohne Form. In Kapitel 6 gibt es einen Dialog, in dem Konfuzius einen taoistischen Weisen danach fragt, wie man überhaupt Fortschritte macht im Leben. Ich vergesse die Riten und die Musik, gibt dieser zur Antwort. Und gerade das Vergessen der Riten oder der Regeln, die ja für Konfuzius von zentraler Bedeutung sind, das Elementar im Konfuzianismus, muss das natürlich irgendwie aufstoßen. Also, ich sitze im Vergessen, erklärt er Weise. Und was heißt das, will Konfuzius wissen? Der Taoist antwortet, ich lasse meine Gliedmaßen fahren, entlasse Blick und Gehör, verlasse Körper und Bewusstsein und bin vollkommen gelöst. Das nenne ich im Vergessensitzen. Da erklärte Konfuzius, wenn du alle Fesseln los bist, hast du keine Vorlieben mehr. Wenn du allen Verwandlungen der Wirklichkeit folgst, bist du unbefangen. Du bist ein Weiser geworden. Erlaube mir, dass ich nun dein Schüler werde. Natürlich hat das Sitzen im Vergessen durchaus Bezüge zur Praxis der Meditation. Es geht ja darum, in höchstem Grade wach und klar zu sein, zugleich aber vollkommen ruhig zu handeln, ohne im Geringsten weiter darüber nachdenken zu müssen. Natürlich eben. Das lässt sich nur erreichen, wenn man offen für das ist, was gerade im Moment geschieht, ohne es entweder abzulehnen oder etwas zu wollen, also sozusagen zu sich zu ziehen. Es geht also um eine Nicht-Aktivität und die muss man kultivieren. Und das hat zur Folge, dass man einfach dem Fluss der Dinge folgen kann. Dabei muss man sich allerdings freimachen von allem, was Sinneswahrnehmung und Geist behindern oder eben ins Stocken bringen können. Diese Form der Wahrnehmung und des Handelns ist nichts Intellektuelles mehr. Sie ist fundamental einfach und unmittelbar. Natürlich kann nur jemand so handeln, der auch Übung darin hat. Nur wer Verständnis hat, kann etwas verstehen, heißt es bei Zhuangzi. Man muss sich also in den Dingen auskennen, Verständnis für sie haben, um dann leicht handeln zu können. Und wenn man dann handelt, sollte man die Aufmerksamkeit nach innen richten, während sich Geist und Wissen nach außen richten. Auf diese Weise entstehe Chi, also eine Energie empfänglicher Lehre. Erst in dieser Lehre, mit Doppel-E geschrieben natürlich, sagt Zhuangzi, findet man den Weg. Dao. Dort beginnen die Dinge. Nur mithilfe dieser Übung gelingt es mit der Zeit, allen Verwandlungen der Wirklichkeit, die sich ständig und häufig unvorhergesehen verändert, klar, zu folgen. Um sich wirklich frei inmitten der sich ständig verändernden Dinge zu bewegen, ist es notwendig, selber einen dynamischen, aber unbewegten Geist zu entwickeln. Ein Bewusstsein, das mitgeht und fließt mit dem, was sich verändert, ohne das eine abzulehnen oder das andere, das kommt, zu erwarten oder Vorstellungen von dem, was kommt, verwirklichen zu wollen, also auf einen bestimmten Zustand hinaus zu wollen. Es ist so ähnlich wie mit den Jahreszeiten, die einfach ganz natürlich aufeinander folgen. Sie gehen einfach ineinander über. Der Schweizer Sinologe Bieté macht in seinem Buch »Das Wirken in den Dingen« vier Vorlesungen über das Zhuangzi darauf aufmerksam, dass Zhuangzi eine andere Subjektvorstellung hat als wir. In den religiösen wie philosophischen Traditionen des Westens ist das Subjekt ja geprägt von der Vorstellung, dass es sich um ein vereinzeltes, individuelles, psychologisches Geschehen handelt. Das Subjekt ist Sitz der Leidenschaften und des Willens, und zwar meiner Leidenschaften und meines Willens. Bei Zhuangzi findet sich eine vollkommen andere Vorstellung vom Subjekt. Was wir Subjekte oder Subjektivität nennen, schreibt Bieté, erscheint bei Zhuangzi als ein Hin- und Herfließen zwischen der Leere und den Dingen. Das Fundamentalere dabei ist allerdings die Leere, der wir ja überhaupt die Fähigkeit verdanken, uns immer wieder neu und ohne Anstrengung zu ändern, zu erneuern und, wenn es Not tut, auch unser Verhältnis zu uns selbst, also zu dem, was wir Subjektivität nennen, aber auch zu anderen Menschen und den Dingen neu zu bestimmen. Im Chinesischen wird diese Fähigkeit des Handelns, des Nicht-Handelns genannt. Wei, Wu Wei. Handeln, Nicht-Handeln. Dieses Nicht-Handeln meint ein Handeln, das weder eigener Willenskraft oder Überlegung noch irgendeinem rationalen Kalkül entspringt. Und das klingt zunächst sehr unpolitisch, hat aber, wenn man die zeitgeschichtlichen Kontexte bedenkt, eine sehr politische Bedeutung. Nämlich, wenn man sich die Zeit vor Augen hält, in der La Ruth und Zhuangzi lebten. Beide kritisieren die von völliger Angst getriebenen, ehrgeizigen Vorstellungen und die Brutalität der damaligen Herrscher – und da sind Millionen von Menschen gestorben – aus deren Machtfantasien und Handlungen am Ende nur noch weitere Kriege folgten. Brutalität und Druck erfassen alle Menschen, verbiegen alle Menschen und führen dann zu neuem Widerstand und neuem Leid. Daher muss Politik für Zhuangzi für natürlichere, das heißt auch freiere, gelassenere Lebensumstände sorgen. Und nur, wenn man das erreicht, kann ein Herrscher dann scheinbar durch nichts tun, ohne Gewalt regieren. Das ist, als ob das Land sich selber regiert. Dieses Thema des Herrschers, der sich nicht mehr einmischt und durch Nichthandeln handelt, ist ein Thema, das häufig in daoistischen Texten anklingt. Die heutige Politik Chinas oder auch Russlands ist natürlich das exakte Gegenteil davon. In gewisser Weise, schreibt Alan Watts in seinem Buch über Daoismus, kann man die Haltung des Wu Wei vergleichen mit der natürlichen Bewegung der Erde durch Gravitation. Also Schwerkraft. Die Erde kreist ja kontinuierlich und mit großer Geschwindigkeit um die Sonne. Es hätte keinen Sinn, diesen natürlichen Lauf aufzuhalten oder sich ihm zu widersetzen. Genau das versuchen aber Herrscher und Menschen immer wieder, die alles auf die Karte ihres eigenen Egos setzen. Das hält die Planeten auf. Falls ihr Plan je aufgehen wird, dann nur mit einem enormen Energieaufwand. Und es ist fraglich, ob es je gelingt und vor allen Dingen, wie nachhaltig das überhaupt ist. Das Wasser hingegen, das alles formen kann, folgt einfach nur der Schwerkraft der Erde und macht sie sich zunutze. Wird es in seinem Fluss gehindert, dann staut es sich irgendwo, bis es überläuft und dann einen neuen Ausweg findet. Es kreist mit der Erde um die Sonne, ohne selber dafür Energie aufzuwenden. Eine wichtige Frage ist zum Abschluss natürlich die, ob und wie man diese Absichtslosigkeit des Wu Wei, die einfach dem Fluss des Dao folgt, überhaupt üben kann. So wie der Koch ja seine Kunst offensichtlich geübt hat. Und in der Geschichte heißt es ja, er hat da ein paar Jahre für gebraucht. In Asien wurden, anders als in Europa, eine Reihe von Übungen entwickelt, deren Ziel es ist, Zwangs des Kunst, des Fastens, des Geistes und des Leerwerdens zu erreichen. Sei es jetzt durch Meditation, sei es durch Tai-Chi, Kampfsportarten, im japanischen Land zum Beispiel Aikido, die Ausübung von Künsten oder einfach das ganz alltägliche Kochen, das man jeden Tag optimiert, oder das Arbeiten im Garten und immer wieder Unkraut rupft. Der Schlüssel ist, weder etwas unbedingt zu wollen, es also an sich zu ziehen oder an sich binden zu müssen, noch das, was kommt, weil man es nicht mag, weil es unsympathisch ist, von sich abzuweisen, loszuwerden oder vernichten zu wollen. Beides, also sowohl das Haben wie das Nicht-Haben-Wollen, setzen am Ende nur destruktive Energien frei. Worauf es ankommt, ist, aus der Leere heraus wach inmitten der Wirklichkeit mit ihren vielen Möglichkeiten und Facetten zu handeln. Go with the flow in an intelligent way, schreibt Alan Watts. Oder wie Zhuangzi das formuliert, dass Dao durchdringt die Wirklichkeit und schafft Vertrauen, ohne etwas dafür zu tun und äußerlich in Erscheinung zu treten. Du kannst es empfangen, aber nicht in die Hand nehmen. Du kannst es erhalten, aber nicht sehen. Am Ende bleibt es also beim Üben. Deshalb will ich schließen mit einem berühmten Text aus dem Mumonkan, aus der Chan, also Zen-Tradition, das nochmal zeigt, worum es geht, auch wenn der Text mehr als 1500 Jahre nach Zhuangzi's Tod entstand, sich aber auf ihn bezieht. Yoshu fragte Meister Nansen mit allem Ernst. Und mit allem Ernst heißt, ich habe hier wirklich ein Problem, das ist existenziell für mich, ich hilfe mir, dieses Problem zu lösen. Also Yoshu fragte, was ist Dao, was ist der Weg? Nansen antwortete, das alltägliche Bewusstsein ist der Weg. Yoshu fragte, soll ich mich selbst jetzt darauf ausrichten oder nicht? Nansen sagte, wenn du versuchst, dich dem Weg zuzuwenden, wendest du dich von ihm ab. Yoshu fragte, ja, aber wenn ich nicht versuche, mich ihm zuzuwenden, wie kann ich dann wissen, dass es der Weg ist? Nansen antwortete, der Weg hat nichts zu tun mit Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Illusion. Nichtwissen ist ohne Bewusstsein. Wenn du den zweifelsfreien Weg, das Dao, wirklich erreicht hast, dann ist es so grenzenlos, klar und leer wie das große Firmament. Wie kann man darüber sprechen, auf einer Ebene von richtig oder falsch? Bei diesen Worten erwachte Yoshu. Und tschüss. Haben Sie auch noch Italien. Wie kann man dabei sein? Vielen Dank.